Das finale Duell beginnt in 3, 2, 1, los! In 200 Metern, links abbiegen. In 400 Metern, rechts abbiegen. Route wird neu berechnet. In 2, 1, links abbiegen. In 400 Metern, scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. In 200 Metern, scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. In 100 Metern, links abbiegen. Zuschauer regelt. Willkommen im geheimen Bund der Eliminati! Oh, psst!